Es war wieder soweit. Gerade hatte ich das Licht ausgemacht, ging rüber zu meinem Bett und jetzt sah ich sie. Obwohl mein Fernseher aus war, sah ich schwach leuchtende Nullen auf dem Bildschirm. Nicht nur dort, ich sah sie auch auf meinem Laptop und wenn ich neben mein Bett auf den Boden blickte, sah ich sie auch auf dem Display meines Telefons, das dort lag. Und dort in der Ecke, in den Schatten, sah ich noch etwas anderes. Etwas Dunkles. Eigentlich hatte ich panische Angst, doch ich konnte mich nicht dagegen wehren, einzuschlafen. Etwas zog mich in den Schlaf. Falls ich Träume hatte, konnte ich mich nicht daran erinnern. Als ich wieder aufwachte, blickte ich sofort auf mein Handy. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich hätte verschlafen. Es war erst 6.45 Uhr am nächsten Morgen. Doch etwas war seltsam. Es war Mitte Juli und in den letzten Wochen knallte die Sonne zu dieser Zeit bereits auf mein Fenster. Es hätte richtig hell sein müssen, doch das war es nicht. Es war nicht so dunkel, als wäre es Nacht. Eher so, wie am späten Abend, bei einem Gewitter. Ich konnte alles sehen, auch wenn es irgendwie finster war. Deshalb hatte ich die Nullen nicht erwartet. Die sah ich zwar seit fast einer Woche, doch immer nur, wenn es dunkel war. Jetzt sah ich sie auch am Tag. Sie waren überall. Ohne viel darüber nachzudenken, stand ich auf, ging aus meinem Zimmer und trabte in Richtung der Küche. Meine Mutter stand am Herd und machte wohl die Pancakes, so wie jeden Morgen. Ich wünschte ihr einen guten Morgen. Sie drehte sich zu mir um. Ich war so erschrocken, dass ich, anstatt mich auf den Stuhl zu setzen, auf den Hintern fiel. Guten Morgen, sagte sie mit mechanischer Stimme. Dabei hatte sie ein Lächeln aufgesetzt, das weder Freude noch Menschlichkeit ausstrahlte. Es sah einfach nur falsch aus. Doch das war nicht mal das Schlimmste. Schlimmer war, was ich in ihren Augen sah. Da waren Nullen. Kleine Nullen, aber gut sichtbar. Sie flimmerten über ihre Augen. Meiner Mutter schien es überhaupt nichts auszumachen, dass mich ihre Erscheinung zu Tode erschreckte. Sie drehte sich wieder um und widmete sich dem Pancakes. Da kam mir der Gedanke, dass ich noch träumen könnte. Ich hatte mal davon gehört, dass es möglich war, sich im Traum des Traumes bewusst zu sein. Aber dass es sich so echt anfühlte, konnte das sein? Ich hatte die volle Kontrolle über meinen Körper, meine Gedanken und meine Taten. Doch der Rest war schon seltsam. Es war viel dunkler als normal und überall waren diese Nullen. Da ich aus dem Wohnzimmer ein Rauschen hörte, stand ich wieder auf und begab mich vorsichtig dorthin. Das Rauschen kam vom Fernseher. Es lief kein Programm, nur Fernsehschnee und weißes Rauschen. Die Nullen waren natürlich auch auf diesem Bildschirm zu sehen. Mein Vater saß in seinem Fernsehsessel, hatte seinen Aufklapptisch doch vorgestellt, auf welchem er ein Becher Kaffee hatte und glotzte auf den Bildschirm. Auch in seinen Augen sah ich die Nullen. Ich gab dem Impuls, ihn anzusprechen, nicht nach. Sie waren meine Eltern, aber wenn ich die beiden so sah, stellten sich bei mir alle Nackenhaare auf. So, als wäre ich in ihrer Nähe in Gefahr. Während ich meinen Vater so beobachtete, fiel mir noch etwas auf. Nicht nur, dass es dunkel war und ich überall die Nullen sah, es war auch alles schmutzig. Der Boden war dreckig, unsere Vorhänge zerschlissen. Überall lag Müll und die Fenster waren so verdreckt, dass man kaum hindurchsehen konnte. Die Fenster? Mir kam eine Idee. Doch diese würde ich lieber in meinem Zimmer umsetzen, da war ich allein. Ich ließ meine Türe hinter mir ins Schloss fallen, konnte aber nicht abschließen, da ich anscheinend keinen Schlüssel mehr hatte. Mein Herz pochte heftig gegen meine Brust, als ich mein Fenster öffnete. Mein Verdacht bestätigte sich. Draußen auf der Straße sah es genauso aus wie hier drin. Es war seltsam finster. Alles war heruntergekommen, als wäre die Welt untergegangen. Und in einigen Ladenfenstern sah ich diese verdammten Nullen. Mein Handy funktionierte. Es ließ sich anschalten. Alle Apps ließen sich öffnen und, außer, dass ab und zu eine Null über dem Bildschirm huschte, schien alles in Ordnung zu sein. Das heißt, wenn man kein Internet- oder Telefonempfang braucht. Inzwischen glaubte ich nicht mehr, dass ich träumte, auch wenn alles immer verrückter wurde. Ich versuchte, mich daran zu erinnern, ob irgendwas während dem Schlaf passierte, doch da war nichts. Dann fragte ich mich, ob sich meine Welt verändert hatte oder ob ich irgendwie in einer anderen Welt gelandet bin. Letzteres erschien mir wahrscheinlicher. Ich hätte auf die ganzen Warnsignale hören und besser auf mich aufpassen sollen. Da waren nicht nur die Nullen, die ich sah. Überall auf der Welt passierten seltsame Dinge. Angefangen hatte alles vor einem Jahr, als irgendwo im Norden eine seltsame Insel unterging. Danach gab es ständig Katastrophen. Sichtungen von allen möglichen Kreaturen häuften sich. Ich dachte, das sei alles nur Fake oder ein großer Gag. So wie damals, als überall auf der Welt diese blöden Monolithen auftauchten. Irgendein Social-Media-Hype halt. Doch vielleicht steckte mehr dahinter. Ich wurde aus meinen Gedanken gerissen, als die Türe aufgestoßen wurde. Meine Mutter und mein Vater traten in mein Zimmer. Sie lächelten. Immer noch sah ich die Nullen über ihre Augen huschen. Beide von ihnen hatten jeweils eine Hand hinter ihrem Rücken versteckt. Moment mal, da wurde mir etwas klar. Wenn ich in einer anderen Welt gelandet war, suchten meine Eltern mich jetzt in meiner Welt. Was bedeutete, dass diese Dinger hier nicht mein Vater und nicht meine Mutter waren? Verdammt! Meine Mutter holte als erstes die heiße Pfanne hervor, die sie hinter ihrem Rücken versteckt hatte. Während mein Vater das große, scharfe Küchenmesser hervorholte, wich ich einem Schlag mit der Pfanne aus. Das Ding, das mein Vater imitierte, stach auf mich ein, und ich musste erneut ausweichen. Dabei hatte ich jedoch meine Mutter aus den Augen verloren. Die heiße Pfanne erwischte mich hart am Hinterkopf. Ich spürte, wie das kalte Messer mehrfach in meine Brust gestochen wurde. Einmal in die Lunge, einmal neben das Herz, ein weiteres Mal in die Lunge. Sofort bemerkte ich, dass ich keine Luft mehr bekam, obwohl ich versuchte einzuatmen. Dann wieder ein Stich in meine Lunge, dann einer direkt in mein Herz. Dunkelheit Ich öffnete meine Augen und bemerkte sofort, dass der Schmerz weg war. Wieso lag ich in meinem Bett? Gerade lag ich noch auf dem Boden und erwartete den nächsten Einstieg des Messers. In meinem Zimmer war es so finster wie zuvor, doch meine Mutter und mein Vater waren verschwunden. Ich nahm mir mein Handy und sah aufs Display. 6.45 Uhr in der Früh. Was war geschehen? War das alles doch nur ein Traum gewesen? Wieso konnte ich mich dann, nach dem Aufwachen, noch an jedes noch so kleine Detail erinnern? Und wieso ist es hier noch so seltsam finster? Die Nullen auf meinem Handy und meinem Monitor sind auch noch da. Ich zog mich an, machte vorsichtig meine Türe auf und blickte hinaus. Ich konnte hören und riechen, dass meine Mutter wieder Pancakes machte. Eigentlich wollte ich die beiden meiden, denn ich hatte noch nicht verarbeitet, was sie mir eben gerade angetan hatten, aber ich musste es einfach wissen. Leise schlich ich mich in unser Wohnzimmer, wo mein Vater saß und mit seinen leeren Augen auf das Flimmern des Fernsehers starrte, auf dem nur Schnee und Nullen zu sehen war. Auch in seinen Augen sah ich die Nullen. Die beiden waren also immer noch nicht echt. Teuflische Fälschungen, die mich ermorden würden. Und was dann? Würde ich wieder in meinem Bett aufwachen? Nur, um dann erneut von ihnen ermordet zu werden. War das hier die Hölle? Ich dachte darüber nach, ob ich irgendwas getan hätte, was meinen Höllenaufenthalt rechtfertigen würde. Doch mir kam nichts in den Sinn. Ich hatte mal ein Pättchen Kaugummi geklaut und machte so gut wie nie meine Hausaufgaben. Doch das waren in meinen Augen eher leichte Vergehen. Als ich dort stand und nachdachte, sah ich, wie mein Vater langsam den Kopf zu mir drehte. Oh, verdammt! Das letzte Mal hatte es ungefähr zehn Minuten gedauert, bis sie aggressiv wurden und mich angriffen. Diesmal wollte ich nicht warten, bis es soweit war, zog meine Jacke an und stürmte aus der Wohnung. Ich musste sowieso mehr über diese Nullwelt herausfinden. Bisher wusste ich, dass meine Mutter und mein Vater hier durch dämonische Kopien ersetzt wurden, dass man überall Nullen sah und dass es verdammt dunkel war. Ebenso schien ich wieder in meinem Bett aufzuwachen, wenn ich starb. Ich musste unbedingt herausfinden, ob alle hier von diesen Nullen besessen waren oder ob es noch Leute wie mich gab. Ich ging zur Haustüre hinaus und bemerkte dabei, dass ich immerhin noch in meiner Heimatstadt No More war. Gegenüber bei Johnsons TV & Radio Shop blickte ich in das vertraute Schaufenster. Die TV-Geräte waren ausgeschaltet, doch über ihre dunklen Bildschirme flimmerten trotzdem die mir so vertrauten Nullen. Ich hatte zuerst angenommen, der Laden sei geschlossen, weil es dort drin so dunkel war, doch ich glaubte, Mr. Johnson dort drüben sehen zu können. Sofort überprüfte ich die Türe und stellte fest, dass sie sich öffnen ließ. Vielleicht hatte ich ja Glück und Mr. Johnson ging es genauso wie mir. Ich rief nach ihm, bekam jedoch keine Antwort, als ich in seinen finsteren Laden trat. Ich ging um einige vollgestellte Regale herum und sah dann Mr. Johnson vor dem Tresen stehen. Sein Mund war geöffnet, so als würde er schreien wollen. Doch ich hörte nur das Rauschen eines kaputten Radios. Anstelle eines Magens hatte er einen mit Fleisch und Haut überwucherten, alten Fernseher zwischen Unterleib und Brust. Auf dem Fernseher sah ich die Nullen, die ich eigentlich in seinen Augen erwartet hatte. Ich konnte mich nicht dagegen wehren und schrie. Der verunstaltete Mr. Johnson hob die Hand und zeigte auch den Ausgang. Die Botschaft war klar. Ich sollte mich nicht irgendwo drinnen verstecken, sondern nach draußen gehen. Bevor dieses Monstrum auch noch auf mich losging, wie die Kopien meiner Eltern, verließ ich seinen Laden und stolperte auf die Straße. Diesen bizarren Anblick konnte ich sowieso nicht länger ertragen. Als ich die Straße jedoch hinunterblickte, wünschte ich mir Mr. Johnson fast zurück. Etwas kam dort hinten aus einer Gasse. Es war ein Mann, der auf einem muskulösen, großem, schwarzen Pferd ritt. Das Pferd sah so aus, als würde in ihm kein Blut, sondern Steroide fließen, so muskelbepackt sah es aus. Es hatte rote Augen, und zwei knöcherne weiße Hörner ragten aus seinem Schädel. Der Mann trug einfache Klamotten und einen roten, langen Mantel. Er hatte zwei spitze Hauer, die aus seinem Mund ragten, wie bei einem Wildschwein. Seine Augen waren mit einer weißen Stoffbinde verbunden und bluteten. Das rote, lange Haar trug er zu einem Pferdeschwanz gebunden. Obwohl ich mir sicher war, dass er keine Augen mehr besaß, sah er sich um. Verdammt! Ich musste weg von hier. »Hey! Psst! Hier lang!« rief eine leise Stimme. Hinter der Ecke des Gebäudes kauerte ein Mädchen, das siebzehn oder achtzehn war, also ungefähr so alt wie ich. Sie sprach wie ein gewöhnlicher Mensch, und auf die Schnelle konnte ich in ihren Augen keine Nullen erkennen. Viel Zeit, um mich zu entscheiden, blieb mir sowieso nicht, da ich nicht von diesem Dämon gesehen werden wollte. Ich lief zu ihr rüber, und sie zerrte mich hinter die Wand. Um sie von dem Fakt abzulenken, dass ich mir ihre Augen genauer ansehen wollte, fragte ich sie, wie sie hieß. Das Mädchen gab ganz offen zu, dass sie das nicht mehr wusste. Da ich in ihren Augen immer noch keine Nullen sah, beschloss ich, ihr erst mal zu vertrauen. Sie erzählte mir, dass man Dinge vergessen würde, wenn man einige Zeit in der Nullwelt war. Als sie mir sagte, dass wir schnellstens hier weg mussten, protestierte ich nicht. Wir mussten zum Treffpunkt und uns mit den beiden anderen treffen, sagte sie. Als ich fragte, wer die anderen waren, konnte sie mir auch darauf keine Antwort geben. Auf dem Weg zum Brunnen am Stadtplatz erklärte sie mir, dass ihr das Gleiche passiert war wie mir. Sie sah die Nullen, schlief ein und wachte hier wieder auf. Sie wusste nicht, wie oft sie inzwischen gestorben war. Jedes Mal wachte sie wieder in ihrem Zimmer auf, aber das würde bald aufhören. Einer der anderen, der Dickere, kannte einen Ausweg. Er hatte etwas gefunden, was sie alle aus dieser Welt rausholen würde. Als sie auf dem Weg dorthin waren, wurden sie von dem Reiter erwischt, der sie alle tötete. Ich fand es erschreckend, dass das Mädchen nicht mal wusste, wie lange sie schon hier war oder wie oft sie schon gestorben war. Neben dem Reiter gäbe es noch andere Dämonen. Manche sahen aus wie Schatten mit Fangzähnen, andere wie Wehrwölfe und wieder andere sahen aus wie alte, große Männer. Der Dickere der beiden anderen wäre am längsten von ihnen hier und kannte sich am besten aus, weshalb er auch den Ausgang gefunden hatte. Das Problem war, dass er schon oft von Dämonen getötet wurde und umso öfter dies geschah, umso mehr würde man von sich vergessen. Den eigenen Namen, die Familie, den Weg durch die Straßen der Heimatstadt und auch alles andere, was unser Gehirn gespeichert hatte. Dieses Mal mussten sie es endlich schaffen, zum Ausgang zu gelangen, sonst bestand die Gefahr, dass sie vergaßen, wo dieser war oder dass es überhaupt einen Ausgang gab. Das klang alles so verrückt, aber es war jetzt meine neue Realität. Gestern war ich noch ein einfacher Teenager, der die Ausbildung zum Erzieher absolvierte. Meine wichtigsten Aufgaben bestanden darin, mit den Kleinen zu spielen, ihnen Regeln beizubringen und auf sie aufzupassen. Nun war ich in der Hölle gefangen und rannte vor irgendwelchen dämonischen Reitern davon. Das war einfach nur absurd. Ich musste jedoch zugeben, dass ich es auch irgendwie aufregend finde. Es forderte mich, versteht mich nicht falsch, ich liebe die Kinder in meinem Kindergarten, aber die Aufgaben dort bringen mich einfach nicht an meine Grenzen. Ich habe den Job angenommen, weil ich Kinder mochte und weil es hieß, dass ich eine Ausbildung beginnen muss, sonst wäre ich angeblich ein Schmarotzer. Anstatt mir zu helfen, eine Arbeit zu finden, die wirklich zu mir passte und die mich erfüllte, haben sie mich alle nur gedrängt. Meine Eltern, das Arbeitsamt, meine Verwandten. Ich hatte niemals vor, arbeitslos zu werden, doch ich hätte mir gewünscht, dass ich erst eine Arbeit finden durfte, die mich ausfüllte. Doch das war mir nicht vergönnt. Obwohl ich ein paar Stunden die Woche im Kiosk in unserer Straße jobbte, drohten meine Eltern mir damit, mich rauszuwerfen und das Arbeitsamt wollte mich in eine sogenannte Maßnahme stecken, in welcher ich Büsche schneiden und dabei 1,50 Dollar die Stunde verdienen sollte. Den sollte mal jemand sagen, dass die Sklaverei abgeschafft wurde. Dabei musste ich kurz an diesen Autor denken, der über diese ganze Sklavereigeschichte geschrieben hatte, Aidan Goodman oder so. Weiter kam ich mit meinen Gedanken nicht, denn vor uns sah ich nun den Brunnen. Er war nicht annähernd so majestätisch wie in meiner Erinnerung. Sicher, er war groß und hatte immer noch seine Dutzenden Verzierungen, doch er sprudelte kein Wasser mehr aus den Fontänen. Die Farbe blätterte ab und er war vollkommen verdreckt. Was anderes hätte ich jedoch auch in dieser Welt nicht erwartet. Aus dem Brunnen ragte nun ein kleiner Kopf, der uns prüfend anblickte. Der Junge sah erleichtert aus, als er erkannte, dass es das Mädchen und ein Typ war, der nicht von den Nullen besessen war. Er winkte uns mit der Hand herbei und wir begaben uns zu ihm in den Brunnen, wo uns von außen erst mal keiner sehen konnte. Wo ist der Dicke? fragte das Mädchen. Er ist nicht hier. Du weißt, was das heißt. Vielleicht kommt er noch. Er hat von uns allen den kürzesten Weg. Würde er sich an uns erinnern, dann wäre er schon längst hier. Ich bin durch die ganze Stadt geschlichen und du hast diesen Typen aufgegabelt und wir sind beide hier. Ich sage, wir gehen Richtung Westen und suchen den Ausgang eben alleine. Der Junge hatte sich weder vorgestellt, noch hielt er es für nötig, auf seinen Freund zu warten. Ich machte ihm jedoch keinen Vorwurf. Er war schon länger in dieser Hölle gefangen und wollte wahrscheinlich einfach nur nach Hause. Das Mädchen argumentierte, dass er vielleicht den Brunnen vergessen hatte, aber immer noch den Ausgang kennen könnte. Sie schaffte es, den Jungen zu überreden, zur Wohnung des Dicken zu gehen und nachzusehen, ob er dort war. Er stimmte nur zu, weil sie ihm das Eingeständnis machte, sofort nach Westen zu gehen, falls er nicht mehr dort war. Wie sich herausstellte, wohnte der Dicke nicht weit von mir entfernt. Nebenbei gesagt, tut es mir leid, ihn den Dicken nennen zu müssen, aber mehr wusste ich einfach nicht von ihm. Wir schlichen durch die fünsteren, verdreckten und verlassenen Straßen und brauchten ungefähr 30 Minuten, um zu seinem Haus zu gelangen. Als die beiden überlegten, welche Klingel sie betätigen sollten, sah ich etwas. Ich tippte beiden auf die Schulter und zeigte auf die andere Straßenseite. Dort lief ein junger Kerl, leicht adipös, mit kurzen, schwarzen Haaren, Shorts und einem roten T-Shirt. Wie sich herausstellte, war es der Dicke. Da wir uns nicht trauten, ihn über diese Distanz zu rufen, schlichen wir hinter ihm her und zogen das Tempo ein wenig an, um ihn einzuholen. Er lief genau in die entgegengesetzte Richtung des Brunnens. Wenn er in diese Richtung weiterlief, würde er die Stadt im Norden verlassen. Meine Hoffnung, dass er also den Ausgang noch nicht vergessen hatte, lagen bei Null. Als das Mädchen und der Junge ihn schließlich ansprachen, wurde jedoch klar, dass es noch viel schlimmer war als angenommen. Seine Augen waren völlig leer und starr und er schien nicht mal zu bemerken, dass er angesprochen wurde. Er lief einfach weiter die Straße hinunter. Der Junge sagte, dass er dies schon einmal beobachtet hatte. So wäre das bei Leuten, die hier zu oft starben. Irgendwann vergaßen sie alles und waren nur noch eine leblose Hülle, so wie der Dicke. Dann liefen sie ziellos durch die Straßen, meinte er. Da war ich mir jedoch nicht so sicher. Der Blick des Kerls war zwar leer, doch er schien mir ziemlich zielstrebig zu laufen. Ich packte ihn an den Schultern und drehte ihn so, dass er in die andere Richtung lief. So als wäre nichts gewesen, drehte er sich wieder um und lief in die exakt selbe Richtung wie zuvor. Wenn er ziellos umherlaufen würde, wäre er einfach weitergelaufen, erklärte ich. Irgendwas musste ihn anziehen. Und auch, wenn es vielleicht nicht der Ausgang war, fand ich, dass es sich lohnte herauszufinden, was ihn anzog. Wir hielten uns bedeckt, versteckten uns in Treppenhäusern, Seitenstraßen und Gassen, um den Dämonen aus dem Weg zu gehen. Den Dicken behielten wir dabei jedoch stets im Auge und folgten ihm. Er ging die Einkaufsmeile entlang, vorbei am Krankenhaus und bog dann nach rechts ab. Als wir ihm um die Ecke folgten, sahen wir sein Ziel. Vor der Polizeiwache hatte sich eine Menschenschlange gebildet. Etwas mehr als hundert Menschen standen in einer Reihe und warteten auf etwas. Dann sahen wir auch auf was. Als der Nächste, der an der Reihe war, die Türe zur Wache öffnete, konnte man nichts als Flammen sehen. Ohne auch nur den geringsten Anflug von Emotionen zu zeigen, betrat die Frau die flammende Wache und verbrannte innerhalb kürzester Zeit zu Asche. In der Schlange rückte jeder einen Platz nach vorne. Ich wollte gerade dafür plädieren, den Dicken von dort wegzuholen, als wir diese Dinger sahen. Sie kauerten neben der Wache, schienen nur aus Schatten zu bestehen und hatten eine vage menschliche Form. Wir konnten sieben ausmachen, von denen sich jeder ein der Wartenden herausgepickt hatte und an ihm saugte. Die Schatten Gesichter der Dämonen, dafür hielten wir sie, befanden sich kurz vor dem ihrer Opfer und sie hatten ihre Münder weit geöffnet. Sie nährten sich an einer leuchtend weißen Essenz, die aus dem gesamten Körper ihrer Opfer gezogen wurde. Sie fressen ihre Seelen, dachte ich mir, zumindest das, was nach etlichen Toden in dieser Nullwelt noch von ihren Seelen übrig war. Wir drei sahen uns an, nickten und wussten, was wir alle tun wollten. Von hier verschwinden. Nicht nur aus dieser Welt, sondern vor allem weg von diesem Ort, wo Menschen wie wir geschlachtet wurden. Wir standen auf, drehten uns um und blieben direkt wieder stehen. Der Junge und ich blieben vor Schreck stehen. Das Mädchen blieb stehen, weil ihr Kopf bereits über den Asphalt rollte. Ihre Augen waren entsetzlich weit aufgerissen, denn in der Sekunde, in der sie starb, hatte sie noch gesehen, was da auf sie zukam. Es war der Reiter. Was ich bei meiner ersten Begegnung mit ihm nicht gesehen hatte, war das flammende Schwert, mit welchem er dem Mädchen nun den Kopf abgeschlagen hatte. Ich bereitete mich darauf vor, ebenfalls ein Opfer der riesigen Klinge zu werden, was jedoch nicht passierte. In aller Ruhe stieg der Reiter von seinem gigantischen Pferd herab und trabte rüber zum Kopf des Mädchens. Genau wie die Dämonen an der Wache saugte er die helle Essenz aus ihr heraus. Der Junge zerrte mich am Ärmel und wies mich darauf hin, dass der Reiter nur für wenige Minuten abgelenkt wäre, wenn er seine Beute erlegt hatte. Anscheinend hatten sie das nicht zum ersten Mal erlebt. Ich ließ mich gar nicht erst auf eine Diskussion ein und lief den Weg zum Brunnen zurück. Falls das Mädchen sich noch an den Treffpunkt erinnerte, würden wir sie mitnehmen und uns auf dem Weg in Richtung Westen machen. Ich würde sie nicht im Stich lassen. Während wir vor dem Reiter, der es nicht eilig hatte, sich zu nähren, davon liefen, wurde mir klar, dass der Junge nur mit zum Brunnen kam, weil er zu viel Angst hatte, alleine den Ausgang zu suchen. Das war jedoch nicht das Einzige, was mir klar wurde. Ich war nicht sehr religiös, doch im Religionsunterricht in der Schule hatten wir die Bibel relativ umfassend studiert. Der rote Reiter auf einem Pferd mit zwei Hörnern und einem flammenden Schwert. Das war nicht einfach nur ein Dämon, nicht einfach nur ein Reiter. Er war einer der Vierreiter der Apokalypse. Es war der Krieg und ich hatte nicht vor, Pest, Hunger und dem anderen auch noch zu begegnen. Deshalb war ich froh, dass das Mädchen bereits auf uns wartete, als wir am Brunnen ankamen. Sie wusste zwar, dass der Brunnen der Treffpunkt war, wusste aber nicht mehr, wer ich war und fragte, wo der Dicke sei. Ich erklärte ihr kurz und knapp, dass er alles vergessen hatte und wir ihm nicht helfen konnten und dass wir jetzt nach Westen mussten, um den Ausgang zu finden. Sie war sich offensichtlich bewusst, wie viel sie vergessen hatte und folgte meiner Anweisung, ohne noch etwas dazu zu sagen. Ich fragte mich, wie viel von ihr noch übrig war. Wäre sie wieder komplett, wenn wir diesen Ort verlassen würden? Oder wäre sie immer noch eine gebrochene Hülle und die Teile ihrer Seele, die der Krieg gefressen hat, wären für immer verloren? Ausgelöscht aus jeglicher Form der Existenz. Auf dem Weg diskutierten wir darüber, nach was wir Ausschau halten mussten, um unser Ziel auch zu finden. Ich konnte mich daran erinnern, dass es im Westen, außerhalb der Stadt, nicht viele Möglichkeiten gab, die einen Ausgang beinhalten konnten. Das einzige Gebäude, was dort auf einem Hügel lag, war die alte Psychiatrie von NoMore. Die wurde vor Ewigkeiten geschlossen, weil ein verrückter Pastor dort ein Massaker angerichtet hatte. Sonst gab es dort nur zwei Bushaltestellen und die verdammte Wildnis. Nach ungefähr vier Stunden hatten wir die Hälfte des Weges hinter uns und befanden uns auf der alten Landstraße, die uns zur Psychiatrie führen würde. Ich hatte Angst, dass es bald Nacht werden könnte. Doch hier war es immer finster. Die Sonne ging weder auf noch unter. Es wäre fast beruhigend gewesen, hier einen Sonnenuntergang erleben zu dürfen. Das wäre wenigstens etwas Normales, etwas, das mich an unsere Heimat erinnerte, etwas mit Struktur. Die Sonne geht auf, sie geht unter, es wird hell, es wird dunkel, ich stehe morgens auf, gehe abends zu Bett. Hier ging man nur ins Bett, wenn man getötet wurde. Als um die Landstraße herum immer mehr Bäume auftauchten, bemerkte das Mädchen ein Schild am Straßenrand. Darauf stand, ab hier ist nur Mitarbeitern der Zutritt gestattet. Sollten sie kein Mitarbeiter der Hölle, ein Leiharbeiter oder ein freier Mitarbeiter des dunklen Fürsten sein, drehen sie bitte umgehend um und lassen sich töten, ohne Gegenwehr zu leisten. Was für ein verrückter Unsinn. Wer hatte das geschrieben? Mitarbeiter der Hölle? So ein Quatsch. Oder waren damit die Schattenwesen gemeint? Es war absurd, aber ich musste schmunzeln, als ich mir vorstellte, wie diese Dinger einen Anzug trugen und morgens mit einem Kaffee und einem Aktenkoffer zur Arbeit kamen. Doch wahrscheinlich verrichteten sie ihre Arbeit nicht in einem Büro. Ich hatte ja gesehen, was sie taten. Vielleicht war das ihre Arbeit, unsere Seelen aussaugen und weiß Gott was mit uns anzustellen, wenn sie damit fertig waren. Doch wozu? Wofür das Ganze? Diese Welt, dieser Schattendämon, der Reiter des Krieges, was taten sie hier wirklich? Ich bewunderte das Mädchen ein wenig, als sie den ersten Schritt in den Bereich machte, der uns vom Schild verboten wurde. Ihr könnt mich vielleicht töten, aber ohne Gegenwehr, das könnt ihr vergessen, sagte sie entschlossen. Der Junge und ich folgten ihr. Die Bäume hier am Straßenrand waren anders als die, die wir zuvor gesehen hatten. Sie schienen nicht nur aus Holz, sondern auch aus menschlichen Muskeln, Organen und Bildschirmen zu bestehen. Gedärme hingen von ihren Ästen herab und anstatt Blätter wuchsen dort Ohren und Augen. Auf den Bildschirmen sahen wir die uns vertrauten Nullen. Sie schienen uns irgendwie anzustarren. Wir gingen tapfer weiter und versuchten uns nicht von der seltsamen Umgebung ablenken zu lassen. Nach zwei weiteren Stunden lichteten die Bäume sich wieder und wir konnten die Psychiatrie bereits sehen. Doch nicht nur das, wir konnten sie auch spüren oder etwas, was darin war. Am besten bezeichnen könnte man es als eine Art vibrieren. Jetzt weiß ich, dass diese Vibration dazugehört, wenn man von einer Welt in die andere übergeht, doch damals war mir das nicht klar. Ich wollte einfach nur weg von dort. Ein Hindernis gab es jedoch noch zu überwinden. Vor uns teilte ein ungefähr vier Meter breiter Fluss den Weg. Das Wasser, wenn ich es überhaupt so nennen sollte, war zwar relativ ruhig, doch dafür war es eine braune, matschige Brühe. Man konnte weder sehen, wie tief es war, noch ob darin etwas lebte. Was machen wir jetzt? fragte der Junge. Was für eine blöde Frage. Der Fluss erstreckte sich in beide Richtungen, soweit wir sehen konnten, und teilte den Weg vor uns. Wir hatten keine Wahl. Wenn wir heraus wollten, mussten wir ihn durchqueren. Wieder war es das Mädchen, welches den ersten Schritt machte. Das braune Wasser reichte ihr bis zu den Knien. Gut, es hätte schlimmer kommen können. Ich gesellte mich zu ihr, und Seite an Seite gingen wir langsam und vorsichtig in Richtung des anderen Ufers. Als der Junge sah, dass wir weder angegriffen, noch von irgendwelchen Giften dahingerafft wurden, folgte er uns. Jetzt, als wir ungefähr in der Mitte des Flusses waren, sah ich mir das Wasser genauer an. Sie waren schwach, aber ich sah Nullen, viele Nullen, und da war noch etwas. War das eine Hand? Ja, und sie griff nach uns. Es war jedoch keine menschliche, sondern eine aus purer Dunkelheit. Mehrere Schattenwesen befanden sich im Wasser und versuchten, uns nach unten zu ziehen. Das Mädchen und ich konnten ausweichen, doch sie packten den Jungen und waren dabei, ihn ins Wasser zu ziehen. Die Schatten schienen irgendwie verblasst und waren nicht so kräftig wie die, die wir in der Stadt gesehen hatten. Mir kam es so vor, als wären sie halb verhungert. Vielleicht war das hier eine Art Kanalisation und sie waren der Müll. Nicht mehr benötigte Mitarbeiter, die man irgendwie entsorgen musste. Falls das stimmte, dann war ihr Hunger auf Seelen umso größer. Mein erster Impuls war es, zum Ufer zu eilen, doch das Mädchen entschied sich anders. Sie hielt dem Jungen ihre Hand hin. Verdammt, die hatte echt Mumm. Der Junge nahm ihre Hand und ich wollte sie an die Hüfte packen, um beide heraus zu ziehen, doch so weit kam es nicht. Der Junge lächelte. Er zog sie mit einem Ruck zu sich, so, dass sie direkt neben ihm stand. Die Schattenwesen stürzten sich auf das neue Opfer Bevor ich realisiert hatte, dass er sie als Köder nutzen wollte, um sein eigenes Leben zu retten, hatte er mich bereits bis zum Ufer geschoben. Komm schon, das ist unsere Chance, lass uns abhauen, rief er. Das Mädchen hatte Schwierigkeiten stehen zu bleiben. Sie konnte sich nirgendwo festhalten und würde gleich ins Wasser fallen. Der Junge fragte mich, worauf ich denn wartete, als ich endgültig genug hatte. Ich schlug ihn mit meinem Ellbogen ins Gesicht und brach ihm seine hässliche Nase. Dann verpasste ich ihm einen Tritt gegen die Brust, der ihn in die Mitte des Flusses beförderte. Er fiel vor dem Mädchen ins Wasser und sofort stürzten sich die gierigen Schattenhände auf ihn. Da ich ihn direkt mit dem ganzen Körper ins Wasser befördert hatte, fiel es ihm schwer, sich gegen die Schattenhände zu wehren, die nun immer mehr wurden. Anscheinend hatten wir sie aufgeweckt. Dutzende, vielleicht sogar mehr als hundert von ihnen, griffen nach dem Jungen und erhoben sich teilweise sogar aus dem Wasser. Das Mädchen nutzte die Chance und ging ans andere Ufer zurück und auch ich verließ den Fluss. Wir standen beide an den entgegengesetzten Ufern und sahen uns an, als die Schattendämon begannen, uns zu verfolgen. Das Mädchen zögerte nicht und floh zurück in den dichten, seltsamen Wald. Ich wollte ihr hinterher, doch ich hatte keine Chance. Diese Dinger würden mich bei lebendigem Leibe verzehren. Ich rannte in Richtung der Psychiatrie und hoffte, dass das Mädchen überlebte. Jetzt wusste sie, wo der Ausgang war und würde es vielleicht an einem anderen Tag schaffen. Schon nach weniger als einer Stunde erreichte ich den Haupteingang des alten Gebäudes und bemerkte sofort den Kerl, der davor saß. Er war keiner der Schattendämon und sicher auch kein Reiter. Es sah eher so aus, als wäre er einer der Überlebenden. Seine Klamotten waren zerschlissen, er war schmutzig und hatte sich fast alle Haare herausgerissen. Sie lagen um ihn herum und es kamen ständig neue hinzu. Er wippte hin und her und riss dabei weiter an seinen Haaren herum. Seine Brille war zwar etwas befleckt, doch man konnte erkennen, dass er keine Nullen in den Augen hatte. Er war ein Mensch. Ich fragte, ob ich ihm helfen konnte, woraufhin er ein verrücktes Lachen ausstieß. Niemand könne mir irgendjemandem helfen, sagt er nach einer kurzen Pause. Er erinnerte mich an die ganzen verrückten Obdachlosen, die schon seit Wochen in meiner Welt über die Straßen wanderten und verkündeten, dass das Ende nahe wäre. Da er aber schon länger hier in der Nähe der Psychiatrie zu sein schien, fragte ich ihn, ob dies der Ausgang sei. Wieder lachte er und machte eine Pause. Ich fragte ihn erneut und bat ihn darum, mir alles zu sagen, was er über diesen Ort wusste. Wenn du willst, aber ich warne dich, du wirst es nicht mögen, Junge. Ich habe herausgefunden, was das hier ist. Ich glaube, es hat mich fast mein komplettes Gedächtnis, fast meine komplette Seele gekostet. Doch jetzt weiß ich, was sie tun. Es ist eine Welt, eine Dimension, eine Simulation auf einem Computer. Wie sie das gemacht haben, weiß ich nicht, aber es spielt doch keine Rolle. Ich glaube, ich war mal ein Wissenschaftler und ich glaube, ich habe für Leute gearbeitet, die hiermit zu tun hatten. Mehr weiß ich nicht mehr. Ob ich eine Familie hatte, ob ich jemanden geliebt habe oder ob mich jemand geliebt hat. Alles weg. Ich weiß nur, dass sie uns lebend in diese Simulation stecken, um uns wie Vieh zu halten und sich an unseren Seelen zu laben. Sie stärken sich, die Reiter, sie müssen sich stärken. Wofür müssen sie sich stärken? fragte ich. Für die Apokalypse, Junge, für die Hölle auf Erden und für den ewigen Krieg zwischen Licht und Dunkelheit. Das war mehr als ich wissen wollte und ich verdrängte es sofort wieder. Ich fragte ihn noch, ob er mit mir kommen wollte, doch er verneinte. In unserer Welt wäre es bald schlimmer als hier, sagte er. Ich sah das anders und betrat die alte Psychiatrie. Ich dachte über seine Worte nach, während ich den Flur in Richtung Eingangshalle durchschritt. Die Obdachlosen auf den Straßen, die ganzen Katastrophen, die seltsamen Sichtungen von mysteriösen großen Männern in meiner Welt, waren das alles Zeichen für die Endzeit? Ich konnte damals nicht weiter drüber nachdenken, denn das, was ich in der Eingangshalle fand, war einfach so viel furchtbarer als jede Apokalypse, die ich mir vorstellen konnte. Ich war zwar noch nie in der Alpenpsychiatrie gewesen, war mir aber sicher, dass sie, auch nachdem sie jahrzehntelang leer stand, nicht so aussah wie das hier. Der Boden, die Wände, die Decke, alles hier sah aus, als wäre es Teil eines riesigen Computers. Teile von Tastaturen, Grafikkarten und Bildschirmen bildeten die Umgebung hier. Manches davon war mit blutiger, menschlicher Haut überzogen. Muskelstränge und Nerven verbanden die Teile miteinander. Doch das Schlimmste waren die Schädel. Sie ragten ebenfalls aus den Computerteilen und manche von ihnen schienen noch zu leben. Einige besaßen Augen, Gesichtsmuskulatur und Haut. Bei anderen, bei denen der Schädel geöffnet war, war nur noch ihr Gehirn zu sehen. Trotzdem drehten auch sie sich in meine Richtung. Falls das wirklich fühlende Menschen waren, konnte ich mir nicht vorstellen, was sie erleiden mussten. Dabei kam mir etwas in den Sinn, was ich mal in einer langweiligen Dokumentation gehört hatte. Das menschliche Gehirn wäre der leistungsstärkste Computer der Welt. Konnte es sein, dass diese armen Geschöpfe zur Prozessierung der Simulation und zur Speicherung der Daten genutzt wurden? Mein Gott, welche Abscheulichkeit! In der Mitte der riesigen Halle befand sich der große Bildschirm, vor welchem sich auch eine Tastatur befand. Zwischen den Tasten lief Blut und eine andere schleimige Flüssigkeit. Der Rand des Monitors bestand aus Knochen und Fingernägeln. Neben der Tastatur befand sich ein einziger roter Knopf. Darüber war ein Schild angebracht. Notausgang nur für Mitarbeiter. Der Knopf bestand nicht aus Plastik oder Metall, sondern war eine knubblige, pulsierende Beule, die einem Tumor ähnelte. Alles in mir sagte mir, dass ich diese widerliche Abscheulichkeit bloß nicht berühren sollte. Doch was blieb mir anderes übrig? Ich wollte nicht in dieser Computerhölle bleiben und außerdem musste in der echten Welt jemand alle warnen. Wenn der Verrückte vor der Psychiatrie Recht behielt, war etwas im Gange. Nicht nur etwas, es war die Apokalypse. Die Reiter waren unterwegs und würden bald ihr finsteres Werk verrichten. Dabei musste ich an meine Eltern denken, an die echten, nicht die mörderischen Kopien mit den Nullen in den Augen. Da ich mein Zeitgefühl verloren hatte, wusste ich nicht, wie viel Zeit vergangen war, seitdem man mich hierhin entführt hatte. Sie machten sich sicher furchtbare Sorgen um mich. Ich wollte zurück nach Hause. Ich habe das hier Stück für Stück auf meinem Handy aufgenommen, damit ich die Information habe, falls ich sie durch einen Tod vergesse. Jetzt werde ich diesen Knopf drücken und versuchen, dies dann hochzuladen, denn ich muss alle vor den vier Reitern warnen. Wünscht mir Glück. Hallo Horror Fans, diese Geschichte ist von mir selbst geschrieben und spielt in meinem epischen Geschichten Universum. Wollt ihr wissen, wie die Story dahinter weitergeht? Dann abonniert den Kanal, unterstützt mich mit Like und Kommentar und klickt hier für die nächste Story.